Ich denke mir immer wieder, ich sollte mehr Fisch essen. Ich würde auch gerne mehr Fisch essen, wenn ich ihn leichter beschaffen könnte. Ich bin jetzt nicht der größte Tiefkühl-Fan bei Fischen und deswegen suche ich immer frischen Fisch und das ist nicht so einfach. Jetzt habe ich was gefunden, was mich gleich angesprochen hat. Das heißt Michels frische Fische, ist ein Fischzüchter aus der Steiermark, aus Weiz und der macht ganz interessante Sachen. Das ist ein Kirschlachs, den wir heute zubereiten. Der macht aber auch Branzino, habe ich auch schon probiert. Wirklich, wirklich gut. Er macht sogar Garnelen. Also interessante Fischzucht und für mich das Interessante jetzt daran, das besonders Interessante, er versendet mit der Post. Ich habe eine riesige schwarze Kiste bekommen, mit meinen Fischen drinnen, auf Eis, alles Picobello, top Qualität. Und es ist nur nichts für schnell Entschlossene, weil ich habe schon zwei Wochen darauf gewartet. Also Abbestellung bekommt man dann in zwei Wochen, aber ich finde das nicht weiter schlimm. Man bekommt eine wirklich gute Qualität und man kann sich ja dann gut darauf einstellen und seinen Speiseplan danach planen. So, wie gesagt, wir machen heute einen Kirschlachs. Ich mache ihn in meinem Air Fryer. Jetzt seht ihr ihn auch. Und ich finde, der Air Fryer hat den Vorteil, dass er sehr viel Temperatur auf kleinem Raum zusammenbringt und es bekommt fast einen Grilleffekt dadurch. Und außerdem riecht es nicht so intensiv. Meine Familie hat mich trotzdem ins Freie geschickt mit meinen Fischen. Dank dieser Kulisse finde ich das wirklich nicht schlimm. Und dazu machen wir ein bisschen Zitronenöl und dann noch so eine Salsa, die heißt Pico de Gallo und das besteht aus Tomaten, aus Gurken, aus Avocado und Frühlingszimmel und ein paar frischen Kräuter. Klingt nach viel Arbeit. Wir sollten beginnen, obwohl es ist gar nicht so viel Arbeit. Aber das werdet ihr gleich sehen. So, jetzt haben wir unseren Fisch perfekt vorbereitet. Der liegt hier im Zitronenöl. Jetzt kommt er in den Air Fryer. Der Philips Air Fryer hat eine Smart Sensoring Funktion. Das heißt, es ist so, man legt etwas hinein und dann hat er vier Automatikprogramme hier. Sind es vier? Nein, es sind fünf. Es sind Pommes Frites selbst gemacht, Pommes Frites gefroren. Es ist Fisch, die Hühnerkeule und das ganze Huhn. Und wenn ich jetzt den Fisch hineinlege, erkennt das Gerät selbst, welche Garzeit benötigt wird. Das probieren wir jetzt aus. Das habe ich selbst noch nie versucht. So, wir haben jetzt nur einen Fisch reingegeben, weil ich habe nicht Platz für zwei. Es gibt für den Air Fryer ein Zubehör. Das ist ein Gitter, das man draufstellt, wo man zwei Fische aufeinander geben kann. Wir werden das heute einfach familiendynamisch so lösen, dass wir zuerst gemeinsam einen Fisch essen. Und während wir das machen, ist der zweite drin. Normalerweise braucht es nicht länger als 15 bis 20 Minuten. Gut, er heizt noch auf. Während der Fisch gart, machen wir unsere Salsa. Was sagst du dazu? das schaut ja genial aus. So, unser Fisch ist fertig. Er schaut super gut aus. Es fühlt sich auch genau richtig an, wenn man drauf greift. Der ist sehr saftig noch. Den werden wir jetzt rausheben und einfach mit unserem Pico de Gallo anrichten. Ich bin zufrieden und du, Kari? Bist du zufrieden? Ich bin immer zufrieden. So eine Lüge. Mir gefällt er, ich finde es war super simpel und ich gehe das jetzt essen, ob du willst oder nicht, Kari. Kommst du mit? Ja. Komm.